So, hallo Leute und herzlich willkommen zu dem Projekt-Crasher. Heute wollte eigentlich Minecraft Sugar spielen, aber daraus ist leider nichts, denn wir crashen jetzt dieses Projekt hier. Marcel, du bist mein Teampartner aus Team Vagina. Wir sind gerade richtig sauer und irgendwie funktioniert nix. Es hieß eigentlich, man soll nix abbauen können oder so am Start, aber ja, unsere Startlöcher sind eigentlich auch schon zu. Wir können leider nix machen. Ich habe hier Movo von Zahnkot. So, dich kann ich schon mal gar nicht leiden, du gehst mir eh schon die ganze Zeit auf den Sack. Jetzt werf alles weg und geh in das Loch. Jetzt werf alles weg und geh in das Loch. Geh in das Loch, geh in das Loch, steh rein. Soll wie hart ich das gerade feier, obwohl ich selber von dem Macher des Projekts bin? Soll wie etlichen Platz ist das? Geil! Geil! Ey, wie hart ich das gerade feier, ne? Das ist echt unglaublich... Eigentlich wollte ich jetzt noch alle killen, aber so geht es natürlich auch. auch nicht unfair sein. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Projekt mit dem Marcel. Das Ganze hier ist so ein, ich will es jetzt nicht böse sagen, Waro-Abklatsch, aber das hier ist eigentlich ein 1-1-Waro-Abklatsch. Wir machen einfach mit, nicht weil wir Waro nicht mögen oder so, nicht weil wir Waro nachmachen sollen, sondern weil die alle Waro nachmachen und wir die alle killen wollen dafür. Ich wollte die Begrüßung anders machen, aber egal, dann können wir es auch machen. Oh, noch 30 Sekunden. Scheiße, okay. Also, wir haben uns gleich schon eine kleine Taktik überlegt. Es ist kein Loch mehr frei. Wir sind übrigens Team Vagina. Das Projekt hier heißt Shogar, aber wir nennen es einfach Shogi, weil wir es verniedlichen wollen. Hat eine lange Geschichte, wir werden das ja einfach nicht so ernst nehmen, Leute. Wir werden uns an die Regeln halten, aber wir werden uns, wir werden uns ziemlich oft über dieses Projekt lustig machen. So einfach sieht es aus. Gut, ich war oben, du warst unten. Marcel, ja genau, ich mache den unteren Block ab. Okay, jetzt bin ich aber gerade schon ein bisschen aufgeregt, weil ich nicht erst sterben will. Ich auch, ich auch. So, pass auf, ich baue ihn ab. Alter, wir müssen uns erst rausbauen. Was ist das für eine Scheiße? Das wurde mir nicht gesagt. Das wurde mir hier nicht gesagt. Dann baue du dir die Workbench, baue du dir die Workbench. Ja, habe ich. Okay, warte, dann baue gleich den nächsten Block ab. Baue den nächsten Block ab. Los, los, los. Brauche ich gar nicht. Ach so, warte, dann macht ihr ein Schwert, okay? Ich habe ein Schwert. Okay, ich habe auch ein Schwert. Okay, los geht's. Komm, rennst du, bist du hinter mir? Ja, ich bin hinter dir. Okay, okay, okay. Okay, warte, wir gucken. Da ist auch noch einer, da ist auch noch einer. Hier, hier sind zwei. Komm, 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 komm. Komm, nee, komm, komm. Komm, wir holen uns die Tasty AD, der leckt voll rum. So, komm. Und auch down. Ich habe mich gerade so richtig verhindert, aber das macht irgendwie Spaß. Die tun mir voll leid. Da, da, im Wasser, im Wasser, im Wasser, im Wasser. Aber ich habe kein Essen mehr. Nee, komm, renn, 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 renn. Hier sind, komm mit, ich habe auch Knicks zu essen. Aber hier sind zwei im Wasser, die holen wir uns noch. Bist du hinter mir? Ja, ich bin hinter dir. Alter, die Map, die leckt so hart, ne? Das lädt hier alles vorne, der Server ist gerade so richtig. Alter, wenn ich jetzt, bist du hinter mir? Ja, ich bin direkt hinter dir. Ich sehe, ich sehe nichts durch diese Map hier. Das ist so buggy. Ich verfolge den jetzt aber hier. Die Chunks laden, die Chunks laden einfach nicht bei mir. Was ist das für eine verkackte Wichse? Dominik, das können wir vergessen. Ich kann nicht mehr sprinten. Und bei mir laden die Chunks nicht. Ey, was ist das für, die hätten die Welt einfach mal vorrendern sollen. Dominik, wo bist du, wo bist du? Ich bin, ich bin hier. Marcel, hinter dir, hinter dir. Ach so, wir brauchen was zu essen. Ja, Mann, aber ey, ich hätte den so nice verfolgen können. Aber die Welt hat einfach nicht bei mir geladen. Was ist das für eine Scheiße, ey? Deshalb nehmen wir dieses Projekt hier nicht ernst. Deshalb nehmen wir das nicht ernst. Aber egal, schon mal zwei Leben ausgelöscht. Ich versuche mal ein paar... Dann sind Pilze. Hier sind... Ey, ja, schlackert mich. Ich habe zwei Herzen verloren schon mal. Weil ich auch da runtergesprungen bin, wie so ein Depp. Einfach, weil ich nichts gesehen habe, weil die... Hier ist ein Kuh, hier ist eine Kuh, hier ist eine Kuh. Ja, ja, gut, gut, gut. Bau du Holz ab, damit wir uns einen Ofen machen können, okay? Dann machen wir uns auch gleich ein Steinschwert, ja? Ein Holz zum Ofen? Wo bist du, wo bist du? Hier. Ich bin hier beim Baum. Genau, hol Holz zum Brennen und ich achte du ein bisschen auf die Gegenaufnahmen schildern und so. Und ich grab mich jetzt gleich runter zum Steinschwert. Kannst du eine Holzspitzsacke machen, der Server leckt, oder? Jetzt mal ohne Scheiß. Ähm, nö, gerade geht das eigentlich. Also bei mir leckt alles so ein bisschen die Chunks laden richtig langsam. Ähm, hier, ich habe dir einen ins Loch geworfen, ne? Eine Spitzsacke? Ja. Okay, passt. Ich bin auch schon bei Stein. Ich habe es aufgenommen. So. Ja, ich habe mir... Obwohl, nein, ich mache nur eine Spitzsacke. Ja, wie viel brauchen wir für Öfen? Ähm. Acht Stück, ne? Acht Stück, einmal umrum. Warte, ich werfe dir gleich vier Stück nach oben, um, äh, für... Warte. Ich werfe dir hier Stein hin für ein Schwert. Ja, warte, ich muss noch Holzkohle machen. Ich habe dir das Dixchen geworfen. Mach zwei Steinschwerter für uns. Los, schnell. Yo, 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 ganz entspannt. So. So, acht Stück brauchen wir, ne? Yo. Ich werfe mir gleich das Steinschwert nach unten, gleich, okay? Okay, warte. Ich habe sie auf die Treppe gelegt, ne? Sehr nett. So, okay, ich habe es. Okay, so. So, der Ofen kommt auch gleich. Dann brennen wir uns erstmal was und dann gehen wir gleich weiter auf die Jagd. Ja, ich brauche aber Essen. Das ist ein großes Problem gerade. Ja, ist ja gut. Ich habe sechs Fleisch, die müssen wir nur braten. Jetzt mach da dein Holz rein. Ja. Mach da dein Holz rein. Los. So. Wie viel Herz hast du verloren? Ähm, eins nur. Okay, dann bekomme ich das erste Stück Fleisch, ja? Yo, yo. Gut. Ich gehe noch... Ich nehme mal die Workbench schon mal mit. Ähm, hör mir zu. Ich gehe gleich da nach hinten. Ich nehme jetzt Fleisch und renne nach hinten und kille noch die eine Krüder, okay? Yo, yo, mach das. Gut. Passt du auf, dass uns ja keiner verfolgt oder so? Weißt du was? Verpiss dich, du hässliche Schade. Weißt du, was ich so traurig finde? Was? Die Leute warten hier so wochenlang auf dieses Projekt. Und wir killen sie einfach. Und wir töten sie einfach. Ja, passiert halt, ne? Oh, das tut mir so leid immer. So ist das Leben. Das Ding ist, ich habe ein zu großes Herz. Ich kann immer... Ich habe immer voll das schlechte Gewissen bei so... Ja, 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 komm. Komm, hör auf. Ich kann auch... Ey, das kannst du mir doch jetzt nicht erzählen. Ich kann jetzt raggen. Ich kann... Ich habe auch nie... Oder ich konnte nie ohne schlechtes Gewissen jemanden bei... Auf Gorme töten, ohne... Der kein Ding hat, der kein Skin hat. Ich hole ihn in die Kuh. Ich erzähle das deinem Pfarrer oder so, wenn du in der Weichte bist. Aber bitte nicht mir. Soll ich Pilze mitnehmen? Kannst du machen, musst du aber nicht. Ich mache jetzt... Ich finde Pilzsuppen halt nicht so geil. Ey, komm mal zurück, du Stück. Du hast die Workbench mitgenommen, du Depp. Oh. Ja, warte, ich komme sofort. Warum baust du die ab, ey, du... Loop, ey. Ja, weil ich ja nicht überall alles rumstehen lassen haben will. So, ich mache jetzt mal eine Bowl. Damit ich mir noch eine Pilzsuppe machen kann für unterwegs. So, hast du dir genug... Kannst du mir mal die Spitzhacke geben? Ey, hast du dir auch ein bisschen Fleisch genommen? Ähm, ich habe gleich noch... Gerade noch zwei reingepackt. Ich habe... Warte, die Steine geholt. Warte, wofür brauchst du die? Ähm, weil ich mir eine Holzachse... Äh, eine Steinax mache. Aber hast du erstmal genug Essen für dich? Ich habe ein Steak. Ein Steak, okay. Dann gebe ich dir noch ein bisschen was von meinem Steak und dann gehen wir sofort weiter. Wir laufen jetzt an der Oberfläche... Hör mir zu, wir laufen jetzt an der Oberfläche rum. Kannst du auch noch gleich... Warte, wir machen uns beide noch Steinspitzsacken. Okay, wie viel Stein hast du? Ähm, drei. Drei. Okay. Gib mir die Holzspitzsacke. Ich hole auch die... Ich hole dir kurz. Ich hole dir kurz. Ja, dann mach das, weil dann machen wir uns beide Steinspitzsacken und Steinschaufeln damit, falls wir welche vom Namensschild her sehen, da werden wir uns direkt zu denen graben, okay? Wir gehen jetzt einfach auf die Jagd. Wir wollen hier nicht großartig farmen. Ich habe die Nase sowas von voll auf... Also, ich habe keinen Bock mehr aufs Farm wegen Bloody Cave. Der Server hat gerade richtig geleckt. Ja, es leckt einfach und die Chunks haben vorher nicht geladen. Wir hätten die Chunks einfach geladen, hätte ich dir sowas von gekämpft. Da ist deine Schaufel und da ist deine Spitzsacke. Du hast die wieder aufgesammelt, die Schaufel. Oh, warte. Ja, hier. Ohne Scheiß. Eins, zwei, drei. Zack, 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 zack. Aber der Server hat 5 GB dran, das reicht vollkommen. Habt ihr den Welt vorgereneriert? Oh, warte. Gute Idee, das mache ich jetzt mal. Komm, auf geht's. Geil, ey. Ohne Scheiß, hätten die Scheiß Chunks geladen bei mir, dann hätte ich die sowas von genutzt. Da ist noch ein Schwein, das ist auch noch. Ja, komm, wir killen erstmal alle Tiere hier noch an der Oberfläche. Weil Essen wird, glaube ich, später ein bisschen schwieriger. Wo bist du? Ich bin hier direkt beim Schwein hier. Bist du über mir, siehst du mich? Warte. Ich sehe dich vom Namenschild her, ja. Ich bin auf der anderen Seite des Werkes. Ich sehe dich vom Namenschild, das ist alles cool. Alles ist cool, Digga. Also, die anderen beiden sind in die Richtung gelaufen. Ja, ich will es nicht. Ja, komm, dann lauf mir da einfach lang, oder? Ja, ich will mal gucken, vielleicht finden wir die ja. Ja. Ich habe meinen Optifine Zoom auch wieder hingekriegt. Ja, bist du hinter mir? Ähm, nö. Okay, wir laufen komplett falsch, geil. Wo bist du jetzt? Ja, ich bin oben auf dem Berg wieder. Okay, hallo Marcel. Ah, da bist du. Komm her. Okay. Laufen wir hier lang, die sind bestimmt irgendwie so etwa in die Richtung, denke ich mal. Warte, 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 ich nehme noch drei von diesen kleinen Pilzen, äh, von den roten Pilzen mit. Mach das. Also, ich habe neun Fleisch. Hä? Warte, wenn man das abbaut, kann man, ähm, kriegt man doch normalerweise die Pilze. Ach, genau. Da kommst du auch. Genau, ja, ja, gut, drei Stück. Komm, dann können wir uns auch mehr mitnehmen. Ja, komm, wir suchen die jetzt, ey, Essen haben wir genug fürs Erste. Ich bin jetzt einfach mal so gut. Ja, das kennen wir ja. Wenn wir ne Höhle sehen, ganz echt, dann gehen wir halt in die Höhle rein, weil ich glaube, wenn eine Eisenrüstung hat und wir haben nur ein Steinschwert, wird es doch ein bisschen schwierig. Ähm, ich bin dafür, wir machen uns aus dem Eisen erstmal ne komplette Rüstung. Weil das, ähm, oder sollen wir erstmal in die Höhle? Da unten ist ne Kiste. Da unten ist ne... Das ist ein Spawner. Ich wollte grad sagen, hier ist ein Spawner, ne? Das ist ein Spawner. Kannst du den schnell abbauen? Ich hab ein Aquafinity und Fever Falling 4 Buch. Geil, Alter, das heben uns auf jeden Fall auf, Digga. Lol. Ein Fever Falling 4. Weißt du, wie viel Fever Falling 4 bringt? Okay, schnell wieder raus. Ich... Komm, komm, komm wieder raus. Los, los, los. Ich bin hinter dir. So. Ähm, da hinten ist auch nochmal was. Ach, scheiße, die finden wir so schnell nicht mehr. Die sind wahrscheinlich erstmal alle richtig weit weggegangen. Das heißt, wenn wir hier so in der Mitte bleiben, haben wir wirklich so gut spielen. Ja, aber wir wissen nur grob, in welche Richtung wir gegangen sind. Ja, komm, die finden wir nicht mehr. Die sind wahrscheinlich längst über alle Berge. Ey, hätten die so scheiß Chunks geladen. Mann. Achso, willst du hier in die Höhle rein? Ja, komm, dann gehen wir jetzt erstmal in die Höhle, sonst haben wir... Ja, hier ist natürlich nix. Sonst würde ich sagen, lass doch einfach in die Richtung. Ja, das ist ja normal. Ich habe mal den Ofen und, äh... Warte, lass doch mal rüberschwimmen. Ich würde aber gerne grob in die Richtung von den anderen gehen. Ohne Scheiß, der Saber leckt echt leicht. Jetzt ist es mittlerweile in Ordnung. Ja, du leckst schon so ein bisschen von mir hin. So, gehen wir mal in die Richtung. Aber das war am Anfang lief eigentlich echt ziemlich gut. Moho, tut mir so leid, ne? Ja, komm, ist gut. Und Leute, das war jetzt echt nicht mit Absicht, dass wir auf den gegangen sind. Nur weil das vom Intro... Das war echt keine Absicht. Weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Hm? Moho war allein. Echt jetzt? Sein Teampartner kann erst am... Oh, scheiße! Warte, komm mal hierhin. Hier ist, glaube ich, hier geht's runter. Ja, hier ist ne Höhle. Jo, ich folge dir. Ne, hier ist ne Kohle. Hier geht's, glaube ich, doch nicht weiter. Obwohl, pack die Kohle mal ein. Ja, klar. Ohne Scheiß, das leckt echt. Nö, bei mir, das liegt jetzt an dir. Weil bei mir ist alles perfekt. Ich krieg direkt EP, ich krieg direkt die Kohle. Okay, also bei mir... Achtung. Okay, hier geht's weiter, weil da ist ein scheiß Creeper, der einfach... Ja, also von mir rumbringt. Warte, hast du Fleisch? Hast du Schweinefleisch? Gib mir doch mal her, bitte. Ja, warte mal. Ich will erst mal... Wir müssen erst mal ausleuchten. Bist du bei mir? Ich bin hier vorne am Eingang. Kommst du mal bitte bisschen in die Höhle rein? Hier schnell mal ein bisschen ausleuchten oder so, weil ich hab kein Holz. Das Holz hast alles. Du... Mach mal fackeln hier. Dann gib mir die Kohle. Ja, warte. Dann geb ich dir hier die Hälfte. Bitteschön. Danke. Mach mal alles, weil ich will jetzt so schnell wie möglich... Wir gucken einfach, dass wir so schnell wie möglich eine Eisen... Also Full Iron sind, dann gehen wir wieder raus. Weil ich hab echt keinen Bock auf Farmen. Das hatte ich, glaub ich, schon gesagt. Hier geht's runter, da kommt keiner hoch. Oder ist das die Anbindung von dem Server-Anbieter zu KW Deutschland oder so? Weil bei mir ist grad echt richtig mies. Oh, die machen aber doch Backups. Nee, nur weil die Welt gesaved ist, Marcel, heißt es nicht, dass ein Backup gemacht wird. Okay, gut. Ja, ich bin nicht so... World Save ist einfach, dass die Welt gesaved ist. Weil wenn er jetzt aber abstürzen will und die wurde vorher nicht gesaved, dann... Äh, ja, wäre schlecht. Brodi, ich habe... Da war Iron auf jeden Fall. Ja, hier ist überall Iron. Das baue ich schon die ganze Zeit ab. Okay, gut. Ich mach dich grad voll runter, ne? Tut mir leid. Ich hab nur einfach sowas von keinen Bock auf dieses Projekt. Das war auch mehr eine spontane Idee. Das ist echt so eine richtige spontane Idee und wir machen das halt echt YOLO-mäßig gerade. Strip-Mining ist übrigens nicht verboten. Das heißt, wenn wir irgendwann mal richtig viel Langeweile haben, dann strip-mining wir und labern über irgendwas. Aber wir dürfen nicht länger als 15 Folgen strip-mining, ne? Stimmt. Dann muss es einen Kampf geben. Und wenn sonst keiner mit uns kämpfen will, dann bekommen wir einen Strike. Und bei drei Strikes sind wir sofort aus dem Projekt raus. Und auf jeden Fall sehr gut geplant. Hier geht's noch weiter runter, wo wir eben waren. Und wir dürfen uns die Folgen von den anderen anschauen. Aber darauf hab ich eigentlich gesagt keinen Bock hier machen. So viele Leute mit. Ich werd mir keine einzige Folge anschauen. Ich bin sowieso nicht so der Fan, dass ich jetzt sage, ich schau mir die Folgen von den anderen an und stell mich dann genau dahin, wo der gespawnt ist. Das ist halt einfach scheiße. Okay, gut. Nein, hier ist gar nichts. Ja, da war ich schon. So, ich hab jetzt 15 Eisen. Wie viel Eisen hast du? Ähm, sechs. Sechs. Okay, dann komm, lass uns wieder ein bisschen nach oben gehen hierhin. Also das sind, das reicht auf jeden Fall für zwei Brustplatten. Hier ist noch Kohle. Hier ist noch Kohle. Ja, so viel Kohle brauchen wir gar nicht. Hinten geht's noch weiter? Ja, für die Fackeln würde ich auf jeden Fall Kohle brauchen. Ja, okay. Es wird, glaube ich, gerade aber auch schon, es wird langsam dunkel. Okay. Pass auf, Marcel. Siehst du mich vor dem Armschild? Ähm... Hier, wo ich bin, mach ich jetzt erst mal einen Ofen. Ja, du bist da oben. Ich mach jetzt mal einen Ofen. Wir sollten echt ohne... Komm gleich zu dir, ich nehm die Kohle nur hier mit. Okay. Ich mach jetzt einen Ofen. Ja, ich sneak hier unten. Also die wissen... Ja, aber die wissen, wo ich bin, weil ich jetzt gerade einen Ofen machen musste. Ja, wer weiß. Okay. Oh Mann, ich hab voll das schlechte Gewissen. Ja, jetzt ist gut. Es ist ein PvP-Projekt, der wusste, worauf er sich einlässt. So. Dann mach du dein Eisen da auch noch ein. Warte, ich mach... Ähm, kannst du noch einen Ofen machen? Ähm... Ne, mach ich aber. Ich fahr mir kurz ein bisschen. Ja, mach ich auch. Dann machen wir noch einen Ofen für Essen. Wow. Hat dich da gerade ein Skelett? Ja, ne? Scheiß, du leckst so beim... Das ist richtig schlimm. Bei mir leckt der Server richtig. Nee, aber bei mir leckt gar nichts. Okay, dann liegt es an meinem Internetanbieter oder am Serbeanbieter. Wahrscheinlich eher an meinem Internetanbieter. Danke, Kabel Deutschland. Das hatten wir ja schon. Ja. So, ey. Das Iron... Das Eisen ist schneller raus, als man gucken kann bei dir. Das ist alles mein Eisen. Das steht mir zu. Mir allein. So, mach ich aus dem Weizen auch mal Brot. Also man sieht wirklich weit und breit keine Gegner. Also wir sind hier ziemlich hell, hier oben. Ja. Vielleicht sollten wir... Ach Gott, jetzt komm, hör mal auf. Wenn Gegner zu uns kommen, ist es fast gut, weil ganz ehrlich, dann klatschen wir ja einfach schnell, oder? Ja. Da laufen aber einige draußen rum, oder? Die sind in der Höhle und kennen dort die Mops. Keine Ahnung. So, ich mach mir jetzt schon mal eine Brustplatte. Dann mach ich dir auch gleich noch eine. So. Dann laufen wir erstmal nochmal oben rum, oder? Ja, Brustplatte reicht erstmal. Wir brauchen ja eigentlich nur Essen. Ja, klar. Essen haben wir genug. Ja, gut. Na? Oh. Ey, stell dich nicht so vor mich. Hast du einen neuen... neuen Pulli? Ja, ganz genau. So. Hast du genug Essen, oder? Was, was? BTF. Jetzt rasten sie aus. Oh, danke dir. Bitte. Ähm, Mushrooms. Ich kann ja noch... Dann mach ich dir auch noch eine Brustplatte, dann machen wir uns beide noch Eisenschwerter, okay? Ja, okay. Wobei, ich weiß nicht. Eigentlich könnten wir uns... Dann könnte sich einer von uns eigentlich noch Schuhe machen. Ich finde, das Steinschwert macht nur 0,5 mehr Schaden. Wobei, wie viele Tech-Damage macht ein Eisenschwert, weißt du es zufällig? Sechs. Sechs? Ja, dann machen wir jetzt lieber ein Eisenschwert. Gehen wir lieber auf Angriff für uns beide, weil das reicht. Ich hab noch, ich hab noch, ähm, hier drei Pilzsuppen. Ich hab fünf, okay. Ähm, gib mir mal bitte Sticks. Ähm, ich hab nur noch... Ja, drei hab ich da noch. Ja, passt. Dann kann ich für uns beide Eisenschwerter machen. Ja, kannst du... Ich hab die Sticks nicht aufgesammelt. Schmeißt sie mir bitte noch mal zu. Ah doch, ich hab's ja aufgesammelt. Okay, vergesst es so. Du hast sie, ich hab gar keine. Da hast du ein Eisenschwert. Und dann... Gehen wir wieder raus, würd ich sagen, oder? Ja, aber ich würd sagen, wir nehmen das hier alles mit. Ich nehm auch ne Fackel, packe ich hier noch weiter. Ich muss mir kurz... Nehm doch nicht die ganze Kohle mit, die brauchen wir nicht. Wir brauchen nur ein bisschen Kohle für Fackeln und so. Ansonsten gehen wir jetzt raus, farmen ein paar Creeper bei Schwarzpulver. Generell, XP können wir besser dadurch farmen, finde ich. Und dann suchen wir einfach mal nochmal nach Gegnern. Ähm... Ach, ja und? Ist doch scheißegal. Ich will nicht, dass du so früh stirbst. Ich sterb doch. Ich kann doch nur einmal sterben. Wenn ich einmal sterbe, bin ich raus. Das ist auch das... Das ist das Entspannte. Wenn ich sterbe, muss ich mich nicht ständig nochmal neu equippen, wie beim Battle oder so. Nein, dann bin ich einfach raus. Das ist voll cool. Wieso? Wirst du jetzt eigentlich beim Battle gestorben? Lass uns einfach... Pst. Lass uns einfach in die Mitte rennen, okay? Warte, hier ist auch nochmal ein Eingang. Ne, da ist nix, oder? Ne. Ne, da ist nix. Okay. Lass uns in die Mitte rennen, weil ich glaube, dass jetzt echt niemand in der Nähe von der Mitte ist. Weil die alle weggranzend. Lass uns... Ich will die aber suchen. Ja, dann ist ja gut. Dann gehen wir jetzt in die Mitte und dann rennen wir in die andere Seite, weil die Seite gefällt mir hier nicht so, weil hier alles so voller Wald ist. Und Hühnchen auf jeden Fall mitnehmen. Ja, lass doch die Mops... Boah, der Zombie ist richtig weit geblieben. Lass einfach in die Mitte rennen, okay? Okay, okay. Da keine Minimap erlaubt ist, weiß ich leider gerade selbst nicht mehr so richtig, wo das war. Weißt du das zufällig? Ähm... Das wird halt echt richtig geil, weil wenn wir aus Versehen irgendwie von der Weltborder sind, dann sind wir auch raus und tot. Komm, lass uns ins Wasser springen, YOLO. Scheiße, ich bin tot. Stell dir mal vor, da kommt auf einmal unten so ein Block hin oder so. Dürfen wir jetzt vordrehen? Dürfen wir jetzt vordrehen? Hä? Nein! Eigentlich müssten wir doch schon längst vorm Sauer gekickt worden sein, weil die Folge auch schon verlängert ist. Ne, viertelstunde, viertelstunde dauert. Das sind schon 16 Minuten, mein lieber Marcel. Also ich habe schon vorher aufgenommen, du. Okay. Egal, versuchen wir die Mitte zu finden. Das muss doch hier irgendwo gewesen sein, oder bin ich gerade total falsch? Da hinten ist eine Workbench, komm mal mit. Yo, ich folge dir. Komm mit, komm mit. Ich muss noch kurz was essen. Jetzt bin ich fertig. Ah, ja, ja, hier ist die Mitte, oder? Hier waren wir doch. Ist das unsere Workbench? Ja, ne? Ne, das ist nicht unsere. Das ist doch, 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 hier ist die Mitte. Das ist die, wo wir, hier haben wir MoFo getötet. Ja gut, dann laufen wir jetzt einfach einmal komplett in die andere Richtung, oder? Ja, okay. Hier haben wir MoFo getötet. Okay. Ja, da vorne ist die Mitte. Aber da steht auch nicht mal, wann wann gekickt wird, ne? Ne, das ist ein bisschen blöd. Kicken ohne einen. Gehen wir einfach so lange weiter, bis wir hier aus diesem Wald raus sind. Soll ich leften? Ich liebe es, wenn Leute, Leute, soll ich leften sagen. Nicht. Dort gibt es nicht. Komm mit, komm mit, komm mit. Ich will einfach so schnell wie möglich die größtmögliche Strecke ablaufen. Ich habe gleich jetzt ein bisschen Stress. Ich schiebe voll Stress in den ersten Folgen von solchen Projekten. Das ist voll schlimm bei mir. Ich kann da einfach gar nicht gechillt irgendwas angehen. So. Oh, ich bin recht entspannt. Okay. Mir tut MoFo leid. Oh, ist ja gut. So, guck mal, da hinten sind Berge. Da sind bestimmt sehr viele hinter den Bergen, denke ich mal. Da werden viele sein, bin ich mir relativ sicher. Da bist du, okay. Ich habe jetzt natürlich währenddessen schon die Folgen angeschaut, dass ich das sagen kann. Ja, natürlich. Eigentlich wird man nach 15 Minuten automatisch gekickt. Ja, aber eigentlich ja irgendwie nicht, ne? Oh, cool. Okay. Zwei Kühe. Ohne Scheiß, Marcel. Wir haben erstmal genug Essen. Lass uns erstmal Gegner suchen, bevor die ganz tief in der Erde sind und richtig viele Diamanten holen oder so. Seitdem ich beim Wetter dabei war, habe ich Paranoia, was Essen angeht. Ja, aber guck mal, hier ist mehr als... Oh, hier ist nochmal Eisen. Ne, komm, dann lass uns erstmal nochmal kurz in diese Höhle hier gehen. Das Eisen abfahmen. Siehst du, die sind bestimmt... Wenn die nicht mal hier waren, sind die alle richtig weit weg gegangen. Ganz ehrlich. Bin ich mir noch prozentig sicher. Oder? Was meinst du? Ich habe gerade gelesen, was er geschrieben hat. Wenn die nicht mal hier in die Höhle gegangen sind, sind die alle bestimmt richtig weit weg gelaufen. Die, die in diese Richtung hier gelaufen sind. Oder? Ja, auf jeden Fall. Ja gut, dann lass uns doch noch diese Höhle hier ausnutzen. Vielleicht finden wir sogar Diamanten oder sowas ganz unten. Weil hier geht es ein bisschen tiefer runter. Ja. Ja, es juckt mich jetzt alles nicht. Guck mal hier, komm, komm, spring mal hier runter. Hier geht es noch weiter runter. Ich bin neben dir. Wir müssen einfach aufpassen, wir sollten ausleuchten. Kannst du mein Ausleuchte-Mann sein? Weil ich will mein Holz aufspannen. Ich habe eine Facke. Hast du genug Holz, falls wir uns eine Eisenspitzhacke machen für Diamanten oder so? Ähm, ich habe zwei Holz. Okay, passt für die Sticks, gut. Du lagst, du stehst bei mir gerade rum. Ja, ich habe euch auch. Ich habe gerade im Inventail. Okay, nicht, dass ich austeim oder so. So, wie viel Eisen hast du? Ich habe schon jetzt, ähm, 10, 11. Ich habe jetzt 12, 13. Ja gut, dann können wir uns eigentlich gleich hinstellen und brennen, weil dann haben wir genug für eine volle Rüstung, ne? Mach doch nicht die Fackel aus. Doch, die eine wollte ich da leer machen, weggehen. Ja, okay, hier hinten ist nichts mehr. Ja gut, pass auf. Dann, ähm, geht es hier echt nicht mehr runter? Die ersten Wunden? Ne, da geht es gar nicht weiter. Okay, dann werden wir wahrscheinlich auch gleich gekickt. Dann gucken wir gleich, dass wir irgendwie noch runterfinden. Hoffentlich finden wir den... Guck mal, hier geht es... Ne, okay, da ist nichts. Da ist nichts, ne. Gut, 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 gut. Na, dann ist hier wohl nirgendwo mehr irgendwas, oder? Ja gut, dann... Warte, ich nehme noch ein bisschen Eisen mit. Wobei, eigentlich reicht das von dem Ganzen, ne? Ja, dann lass doch auch... Sonst lass uns nunfalls auch gehen. Nö, wir machen jetzt weiter. Ach, na, 50 Sekunden. Ah, okay. Jetzt geht's los, okay. Dann, äh, stellen wir hier keine Öfen hin, bevor die irgendwie noch gefunden werden. Sondern ich esse noch schnell was. Dann, Marcel, komm in die Höhle. Dann, das nächste Mal, stellen wir uns hier in die Höhle rein. Ach, hier geht's auch noch weiter, okay. Ja. Und brennen dann erstmal diese Eisen fertig, das, was wir haben. Okay. Diese Eisen. Schau mich schon an, wie einer, der die Regeln geschrieben hat. Oh, hier, das ist eine Regeln, die wird groß. Ja, hier geht's weiter rein. Hier unten auch. Okay, gut. Dann gucken wir hier nächstes Mal einfach nach. Vielleicht finden wir Diamanten oder so. Wäre auf jeden Fall ziemlich geil. Dann können wir uns einfach voll schauen. Und dann gehen wir trotzdem einfach suchen. Und ich bin mir sicher, wir werden, um irgendwelche Fin zu müssen, müssen wir richtig weit, jetzt war's wieder so richtig bei mir geleckt, wenn wir so richtig weit nach hinten gehen müssen, weil ansonsten finden wir hier keinen. Weil hier ist alles. Ich würde sagen, wir machen beim World, wir gehen ganz außen und gucken den World Border ab. Wir müssen halt gucken nicht, dass dann irgendwann das Stück kleiner wird und wir dann halt tot sind oder so. Weil dann sind wir raus. Naja, bei, wir, es ist ja relativ egal. Okay. Ja, stimmt. Wir sind, wir können ja, suchen die ja nur und danach gehen wir wieder in die Mitte. Okay, gut. Und wir sind raus. Tschüss Leute, bis zur nächsten Folge von diesem Projekt. Deine Spielzeit ist zu Ende. Darum wurde es sogar gekickt. Tüdelü. Tschüss.